Hey, hallo! Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Handlungs- und Regelutilitarismus? Alles, was du dazu in der nächsten Prüfung wissen musst, jetzt hier. Bleib dran! Der Utilitarismus gehört zum Teilbereich der Ethik, also zur praktischen Philosophie bzw. Moralphilosophie. Die Ethik bewertet moralische Handlungen und bietet unterschiedliche Begründungsmodelle an, wie man moralisch richtig und gut handelt. Der Utilitarismus als ein ethisches Begründungsmodell wird auch als Nützlichkeitsethik bezeichnet. Das bedeutet, eine Handlung ist genau dann gut bzw. moralisch richtig, wenn sie nützlich ist. Wenn also als Folge ein gewisser Nutzen herauskommt. Und wenn es bei einem Ethikmodell hauptsächlich um das Ziel geht, also um das, was am Ende dabei herauskommt, dann bezeichnet man dies als Zielethik oder mit dem Fachausdruck teleologische Ethik. Der Utilitarismus ist eine teleologische Ethik. Jede utilitaristische Entscheidung orientiert sich an den vier Prinzipien des Utilitarismus, die in dem folgenden Leitsatz enthalten sind. Handle so, dass die Folgen deiner Handlung bzw. Handlungsregeln für das Wohlergehen der meisten Betroffenen optimal sind. Das bedeutet, dass erstens die Beurteilung einer Handlung auf Grundlage der Folgen geschieht, zweitens das Ziel der Maximierung von Glück, Lust bzw. Wohlergehen immer angestrebt wird, drittens die größtmögliche Anzahl von Menschen, die von der Handlung betroffen sind, berücksichtigt wird und viertens die Handlung das Kriterium des Nutzens erfüllen sollte. Nehmen wir das Beispiel der Lüge. Wenn ich einem Menschen bewusst die Wahrheit verschweige und ihn anlüge, dann könnte dies unter Umständen utilitaristisch die moralisch richtige Entscheidung sein. Die Voraussetzung ist, dass durch die Lüge die möglichen Folgen für alle Betroffenen besser wären als durch die Wahrheit. Zum Beispiel, wenn man durch die Lüge die Harmonie im zwischenmenschlichen Bereich aufrechterhalten will, weil man behauptet, dass das Essen geschmeckt hat, obwohl es gar nicht der Fall war. Oder wenn man behauptet, dass schon alles gut werden wird, obwohl man eigentlich vom Gegenteil überzeugt ist. Solche Lügen können nicht nur kurzfristig das Glück und die Zufriedenheit steigern, sondern auch langfristig für einen harmonischeren Umgang untereinander sorgen. Und vielleicht, bezogen darauf, dass schon alles gut werden wird, tatsächlich neue Perspektiven entwickeln, welche es dem Menschen ermöglichen, in einer ausweglosen Situation doch etwas Positives zu sehen. Entscheidend ist, dass im utilitaristischen Sinne möglichst eine große Anzahl von Menschen von dieser Lüge profitiert. Und, dass die Lüge schließlich einen höheren Nutzen als die Wahrheit bringt, die in dieser Situation eher zu Anspannungen und weiteren Schwierigkeiten führen könnte. Allerdings ist es jetzt so, dass es innerhalb der Gesellschaft eine Art Übereinkunft gibt, dass Lügen prinzipiell schlecht ist. Und wenn der Utilitarismus das Lügen in bestimmten Situationen als moralisch korrekte Verhaltensweise erlaubt, dann steht er in einem deutlichen Gegensatz zu den traditionellen Moralauffassungen einer Gesellschaft, die sich über sehr viele Jahre als beste Variante herausgestellt haben. Hinzu kommt, dass die einst deutliche Trennung von Wahrheit und Lüge unscharf wird und der Begriff der Wahrheit zerfällt. Wozu sich noch an die Wahrheit halten, wenn die Lüge moralisch so ziemlich den gleichen Stellenwert hat? Aber auch Begriffe wie Verantwortung, Gerechtigkeit oder Fairness verlieren deutlich ihren moralischen Stellenwert, wenn je nach Situation entschieden werden kann und quasi eine Vielzahl an Handlungsoptionen inklusive äußerst zweifelhafter Absichten möglich sind, solange die Folgen gut sind. Der amerikanische Philosoph Richard B. Brand versuchte Mitte des 20. Jahrhunderts den Utilitarismus zu verteidigen. Mit anderen Worten, er unternahm den Versuch, den gesellschaftlichen Stellenwert von moralischen Prinzipien zu retten und sie mit dem Utilitarismus zu verbinden. Die Herausforderung dabei war, dass der Utilitarismus eigentlich ja nur auf die Folgen schaut und nicht auf die Prinzipien, die der Handlung zugrunde liegen. Brand unterschied deshalb zwischen zwei Hauptformen des Utilitarismus, dem Handlungsutilitarismus und dem Regelutilitarismus. Der britisch-australische Philosoph Jack Smart sprach auch vom extremen und eingeschränkten Utilitarismus. Worin unterscheidet sich jetzt aber ganz genau der Handlungsutilitarismus vom Regelutilitarismus? Der größte Unterschied liegt sicherlich darin, dass beim Handlungsutilitarismus jede mögliche Handlung in einer bestimmten Situation einzeln bewertet wird, inwiefern sie das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl an Menschen erzeugt. Nach dem klassischen Utilitarismus Jeremy Benthams und teilweise auch John Stuart Mills ist man davon überzeugt, dass jede Situation einzigartig ist und demzufolge auch einzeln nach utilitaristischen Maßstäben bewertet werden muss. Doch diese situativen Einzelbewertungen sind nach Richard B. Brandt viel zu aufwendig und im Alltag, der oft schnelle Entscheidungen abverlangt, wenig praktikabel. Daher werden im Regelutilitarismus Handlungen nicht einzeln bewertet, sondern es werden allgemeine Richtlinien, Regeln oder Prinzipien gesucht, die hinter der konkreten Situation stehen. Diese Regeln werden danach bewertet, ob sie allgemein, unabhängig von der konkreten Situation, das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl bewirken. Ist dies der Fall, wird ihnen gefolgt. Die Grundfrage des Handlungsutilitarismus lautet also, Welche Folgen würden sich ergeben, wenn ich in dieser konkreten Situation so handeln würde? Während der Regelutilitarismus fragt, Welche Folgen würden sich ergeben, wenn jeder in gleichartigen Situationen so handeln würde? Oder anders ausgedrückt, gibt es eine allgemeine Regel, an die man sich in dieser Situation halten sollte, weil sie für die Allgemeinheit das größtmögliche Glück befördert. Die große Stärke des Handlungsutilitarismus ist, dass er sehr flexibel auf unterschiedliche individuelle Situationen reagieren kann. Dabei kann sich der Handlungsutilitarist natürlich an allgemein anerkannten Prinzipien wie Du sollst nicht Lügen orientieren. Wenn die Befolgung dieses Prinzips aber in der individuellen Situation nicht die nützlichste Entscheidung ist, weil dadurch nicht das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl von Betroffenen erreicht wird, dann können Lügen durchaus erlaubt sein. Die große Flexibilität des Handlungsutilitarismus kann sich gleichzeitig auch als beträchtliche Schwäche herausstellen, da es in der Praxis sehr schwer und zeitaufwendig umzusetzen ist, sämtliche Folgen jeder einzelnen Handlung in unterschiedlichen individuellen Situationen abzuwägen. Außerdem widerspricht der Handlungsutilitarismus, wie vorhin schon erwähnt, unter Umständen den allgemeinen gesellschaftlichen Moralgrundsätzen, welche letztlich für das Funktionieren einer Gesellschaft einen hohen Stellenwert haben. Schließlich kann die strenge Befolgung des Handlungsutilitarismus zu Situationen führen, in denen einzelne Personen oder Minderheiten zum Wohl der Mehrheit geopfert werden könnten, wenn dies das Gesamtwohl maximiert. Für Richard B. Brandt ist der Regelutilitarismus eine Weiterentwicklung des Handlungsutilitarismus, weil er es ermöglicht, moralische Entscheidungen auf einer breiteren und stabileren Grundlage zu treffen. Die allgemein anerkannten moralischen Prinzipien einer Gesellschaft bekommen im Regelutilitarismus eine hohe Verbindlichkeit. Damit ist im Gegensatz zum Handlungsutilitarismus die Anwendung des Regelutilitarismus oft einfacher, praktikabler und vorhersehbarer, weil man gewisse gesellschaftliche Moralgrundsätze voraussetzen kann. Dies führt zu Vorhersehbarkeit, Planung, Sicherheit und sozialem Vertrauen bezogen auf moralische Entscheidungen. Man kann sich im Allgemeinen darauf verlassen. Und diese deutliche Stärke beinhaltet auch gleich schon die erste Schwäche. Denn von diesen Regeln wird im idealen Regelutilitarismus nicht abgewichen, auch wenn die direkten Folgen in einer bestimmten individuellen Situation negativ für die beteiligten Personen sind. Auf Ausnahmesituationen und individuelle Bedürfnisse wird nicht genügend eingegangen. Insbesondere in komplexen und widersprüchlichen Situationen reagiert der Regelutilitarismus nicht flexibel genug. Dadurch könnten Regeln in manchen Fällen ungewöhnliche, realitätsferne, unangemessene oder sogar nachteilige Ergebnisse hervorrufen. Der letzte Kritikpunkt betrifft die Regeln selbst. So kann es in einigen Fällen sehr schwierig sein zu entscheiden, welcher Regel man den Vorrang vor einer anderen Regel geben kann. Besonders knifflig wird es auch, wenn sich in einer bestimmten Situation zwei relativ gleichwertige Regeln widersprechen. Welche moralische Verpflichtung zählt dann mehr? Mitunter sind in solchen Situationen Entscheidungen auf Grundlage des Regelutilitarismus unmöglich. Man könnte sich jetzt die Frage stellen, ob es sich beim Regelutilitarismus eigentlich noch um eine Folgenethik, eine sogenannte teleologische Ethik handelt. Also zählen wirklich nur die Folgen, die eine moralische Entscheidung auslöst? Oder ist es beim Regelutilitarismus nicht vielmehr so, dass die moralische Qualität der Absichten, also der zugrunde liegenden Regeln, ausschließlich beurteilt wird und die Folgen vollkommen vernachlässigt werden, ähnlich wie wir dies in Immanuel Kants Pflichtethik, seiner sogenannten deontologischen Ethik, haben? Der US-amerikanische Philosoph William K. Frankinner schreibt dazu, Kurz gesagt bedeutet dies, dass der Regelutilitarismus sich von der Pflichtethik Kants dahingehend unterscheidet, dass das Aufstellen der Regeln und die Notwendigkeit der Befolgung rein utilitaristisch begründet werden, anstatt wie bei Kant aus Pflicht vor dem moralischen Gesetz. Wie würde man in moralischen Entscheidungssituationen jetzt handlungsutilitaristisch und regelutilitaristisch ganz konkret argumentieren? Schauen wir uns dazu ein paar Beispiele an. Nehmen wir als erstes das Beispiel einer roten Ampel. Stell dir vor, du stehst an einer roten Fußgängerampel. Es ist kein Auto zu sehen und auch keine anderen Menschen stehen an der Ampel oder sind in der Nähe zu sehen. Sollst du jetzt an der roten Ampel warten? Der Handlungsutilitarist würde Nein sagen, wenn durch sein Verhalten niemand gefährdet wird, er kein schlechtes Beispiel für andere Menschen abgibt, er einen unnötigen Zeitverlust einspart und für ihn selbst keine Konsequenzen zu befürchten sind, weil die Ampel beispielsweise nicht videoüberwacht ist. Der Regelutilitarist würde allerdings Ja sagen, weil die Regel, dass man sich an Gesetze, in diesem Fall die Straßenverkehrsordnung, halten soll, für eine Gesellschaft nützlicher ist, als wenn jeder Mensch nach eigenem Belieben sich einmal an Regeln hält und ein anderes Mal nicht. Der Regelutilitarist wartet also auf Grün. Kommen wir zu einem zweiten Beispiel. Stell dir vor, dass aufgrund einer Energiekrise das Beheizen der Räume über 15 Grad gesetzlich verboten ist. Deine Familie und du leiden aufgrund unterschiedlicher Vorerkrankungen allerdings sehr unter der Kälte und riskieren ernsthaft krank zu werden, sollte die Innenraumtemperatur nicht mindestens 20 Grad erreichen. Darfst du jetzt, trotz der Energiekrise, die Heizung weiter aufdrehen, um deine und die Gesundheit der eigenen Familie nicht zu gefährden? Handlungsutilitaristisch lautet die Antwort ziemlich deutlich Ja, weil dies einen unmittelbaren Nutzen für die gesamte Familie bringt und die Energieversorgung des Landes aufgrund einer einzelnen Heizung nicht gefährdet wird. Doch ist das wirklich fair, während andere Menschen frieren? Wir würden feststellen, dass das Moralempfinden innerhalb einer Gesellschaft solch ein Verhalten nicht gutheißen würde. Und genauso sieht es auch der Regelutilitarismus. Man darf die Heizung nicht höher drehen, weil man einerseits der moralischen Verpflichtung, sich an Gesetze zu halten, die dem Wohl der Allgemeinheit dienen, folgen muss und andererseits die allgemein anerkannte Regel der Fairness sonst verletzen würde. Dass dies unter Umständen keine guten Folgen für meine kälteempfindliche Familie hat, muss man im Sinne des Regelutilitarismus in Kauf nehmen. Ein letztes Beispiel noch. Stell dir vor, du bist Journalist und stehst vor der Entscheidung, ob du eine sensationelle, aber womöglich falsche Geschichte veröffentlichen sollst, die das Potenzial hat, die Auflage deiner Zeitung zu steigern und deine Karriere voranzubringen. Sollte man das tun? Der Handlungsutilitarismus hätte damit kein Problem. Vorausgesetzt, dass die womöglich falsche Geschichte mehr Glück als Leid produzieren würde, weil sie beispielsweise für die Leser unterhaltsam ist, der dargestellte Sachverhalt keine negativen Folgen für eine Vielzahl von Menschen hat, die Auflage der Zeitung gesteigert wird und die eigene Journalistenkarriere vorangebracht werden kann. Im Gegensatz dazu würde ein Regelutilitarist eine allgemeine Regel aufstellen, die besagt, dass man die Wahrheit in den Medien immer wahren soll, auch wenn dies nicht immer die aufregendsten Geschichten hervorbringt. Die Einhaltung dieser Regel würde insgesamt mehr Glück und Wohlbefinden für die Gesellschaft schaffen, da sie das Vertrauen der Leser in die Medien und die Integrität des Journalismus bewahrt, sowie das soziale Wohl fördert. Jetzt weißt du das Wichtigste über den Handlungs- und Regelutilitarismus. Wenn du noch mehr wissen willst, dann schau dir die weiteren Videos auf meinem Kanal zu Philosophie und Ethik an. Und natürlich darfst du nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich danke dir für deine Unterstützung.